Hier sind wir das Markt-Restaurant. Das ist noch geschlossen. Das macht erst um 12.30 Uhr Mittagessen. Die Buffets sind schon vorgerichtet. Wir haben 12.10 Uhr. Dass es einem dann richtig gut geht. Lecker Sachen. Aber heute Mittag zeige ich euch noch das Buffet. Das kommt noch nicht. Wir machen jetzt erst komplett den Gesicht. Dann machen wir ein Shitstorm.